Hey Leute, dieser Moment, wenn man mitten kurz vor 5 Uhr morgens in seinem Auto sitzt und einfach die Scheiben so aussehen. Ich muss euch was zeigen. Ich muss euch ganz viel erzählen, aber meine Stimme ist eigentlich am Arsch. Ich darf eigentlich gar nicht so viel reden. Moment, ich zeige euch was. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Hallo? Es ist einfach eingefroren. Mein Auto ist eingefroren. Nein, 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 nein. Und das ist auch noch beschlagen hier. Mein Spiegel. So langsam wird es, glaube ich, hoffe ich. Und dieser Moment, wenn man sich immer denkt, ah ja, ich habe Zeit, mein Auto zu lesen, wie es funktioniert, wie die Heizung da vorne funktioniert, wegen der Scheiben, dass die enteisen, also dass das Eis auftaut. Ich hoffe, das taucht jetzt langsam auf. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es einen extra Knopf oder sowas gibt. Keine Ahnung. Aber nein, natürlich hat man nicht die Zeit. Weil ich habe gedacht, naja, ich habe noch genug Zeit. Ich wollte es immer lesen. Mein Büchlein wollte ich schon immer, immer, immer lesen. Oh mein Gott. Ich bin gerade echt froh drum, Leute. Schaut mal. Ich will den Druck drehen. Seht ihr? Es ist einfach schon enteist. Und da wird auch langsam. Es, ähm, wie heißt das? Es getaut langsam. Ich kann jetzt gleich bald nach Hause fahren. Uhu. Ich habe super gute Laune, wie immer. Ich höre gerade Musik. Oh, das Lied ist so geil. Ähm, ich war auf der Weihnachtsfeier spontan von der Arbeit. Ich erzähle euch morgen ganz viel. Ganz viel. Ich weiß nicht, ob ich immer so viel erzählen kann, aber ich erzähle euch einiges morgen. Und ansonsten meine neuen Ohrringe von Maree Official. Maree Official, die ich euch morgen noch mal vorstellen. Die Marke, beziehungsweise ich verlinke sie morgen, glaube ich, verlinke sie jetzt nicht. Ihr Lieben, schon mal einen schönen Morgen. Gute Nacht.